So, herzlich willkommen zum 73. Let's Play von Rayman Legends. Ja, wir sind jetzt so bei dem Boss an. Die kommen brennende Liebe. Und, mal gucken, wie schwer der jetzt wird. Bei den Origins-Welten waren die Bosse ein bisschen schwieriger als bei den normalen. Ui, naja. Joich! Warum wird man sich gewarnt, dass so ne fiesen Viecher kommen? Boah, ja klar. Ja, man wird immer abgebremst. Das stört immer ein bisschen. Boah, schon wieder. Immer, wenn man irgendwo gehen kommt, wird man abgebremst. Au, aua! Dammit! Boah, an der Stelle hapert's immer. Bei dir, oder was? Ja. Ja, klar. Ja, klar. So, du hast den Magen. Oh, mein Schloß da auch wieder. Also, wir müssen erstmal das Ding da oben. Jetzt, da. So, da. Woih! Oh! Oh, das ist so. Oh! 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 so aus mann ist so spucken ja doppelt auch der hat jetzt ausgespuckt für mich aus nicht für dich warum ist denn so kleben lässt du dir die materie ja nicht sein doch eine mikrober äh und kein Flammenbruch das war knapp die schmeckt noch gar nicht das Weihnachten wir haben beide Weihnachtsbrüche geworden die sind hier nur noch groß zu testen um aber haben wir die Lunge auch der hat ja voll das Sodbrennen ja der Kollege ja der konnte wohl den Hals nicht voll genug kriegen wup 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 hast du eben den Glubscher gesehen? aber warum? ich lande natürlich gleich in der Suppe jetzt hat er Bauchschmerzen ah Hilfe oh ja klar was soll das denn jetzt noch das kann ich dir nicht sagen das kann ich dir nicht sagen oi jetzt kann ich mich noch mal ausruhen ich bin absichtlich ne Blase übergeblieben das ist oi oh ja klar von zwei Seiten das ist ja voll fies oh geht doch auch nicht gleich beim ersten Mal ja oh 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 Mann schnappt er so ein Ding Boah, ja klar! Oh, jetzt hat er... Den letzten müssen wir jetzt noch schaffen. Oh, jetzt wird es enger mit dem Feuer. Ich hoffe, jetzt kommt keines mehr. Oh, ja! Oh, der war ein Fies gewesen. Ganz schnell weg gewesen, ja. Oh, ja! Schnell doch gegen... Oh! Fast, der Schaft! Ja, leider nur fast! Das stört mir auch immer, dass man es komplett von vorne machen muss. Stopp' ihn! Oh, ja, klar! Ey! Nein! Ah! Lass erst das Feuer weg sein, bevor du mich denn blasinierst! Ich bleib' mit Absicht da! Ich bleib' mit Absicht in der Mitte! Wenn ich blasiniere bin! Sodass du überlegen kannst! Ich bleib' mit Absicht deine Blase und außerhalb deiner Reichweite! Ich bleib' mit Absicht in der Mitte! Ich bleib' mit Absicht in der Mitte! Ich bleib' mit Absicht in der Mitte! Danke! Ich bleib' mit Absicht in der Mitte! Jetzt kommt Dürfenster, der letzte kommt! Und wir haben alle noch unsere Erdsteile! Extra-Treffer. Ja. Ja, wer weiß. Boah, was war das denn jetzt? Anheiljump da oben. Das ist ein bisschen schwierig für mich. Oh, der war rein fies. Oh, der war rein. Ein Extra-Treffer. Die haben sie wirklich schwer gemacht, den Gegner. Ja. Auf. 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 Ey, das ist doch nicht normal. Anscheinend doch. Das sind 3 Sterne sind das. Perfekt. Diesmal eben gleich mitgenommen, weil ich das diesmal ausgerechnet habe. Versuch bitte nicht zu schlagen, wenn ich leite. Jetzt kommt... ja, ein Auge ist noch. Jetzt kommt das schwere Ding wieder. Mit den Blower Blasen. Ja. Ja. Ja, geht. Mann. Schlag mal. Boah. Mann. Boah. Geht doch. Gerade so hast du gesehen, ich bin fast tot hier. Ja, wer ist dann in die Suppe geraten? Und schnell raus, ja. Zum Glück, jetzt brauchen wir noch viel. Du warst gerade ein bisschen zu schnell. Man kann ja an der Stelle nicht langsamer laufen. Bin nämlich nicht hinterher gekommen. Boah. Don't liebisch. Das Video war ein bisschen länger geworden als wir wollten. Ja, das ging nicht anders. Aber wir haben ihn trotzdem noch nicht gehabt. Der war wirklich knapp. Bis jetzt der schwerste Boss hier. Bei Legends sind die total einfach. Im Original meinst du ja. Ja, das los haben wir heute nichts. Und auch die Waldmedaille. Ja. Boah. Boah. Der war knackig. Sehr knackig. Am häufigsten in der letzten Phase. Ja. 25 wirkslose. Jippie. Oh, dann. Zack. Ein Guter. Sieklick. Ich denke mal ein Roboter. Ja. Ein Gemälde. Hm. Und... ...und... 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 Vorletzter. Vorletzter. Noch ein Kuschler. Unab. Da kann ich nicht genau... Lump. Ui. Bingo. 10.000. Oh, lecker. Da hat die Katze mal richtig geschnort. Ein Gemälde. Ja. Mystic Peak. Schieß auf die Sterne. Oh, hier bin ich nur noch nicht. Ah, ein Kuschler. Ein kuscheliges Kuscheltier. Antennik. Ja, ein Roboter. 2. Sogar. Und ein Toast. Und einer hat sogar eine Wollner. Ja. Boah. Die drei neuen Kuscheltiere ab. Auch sehr geräumt. Und am nächsten... Und bei der nächsten Session können wir... ...tale... ...wieder alle einsammeln. Ja. So. Hier ist... Ah, genau. Hier müssen wir jetzt sehen. Oh, die vorletzte Welt schon. Oh, die an der Opportunität. Bam, 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 bam. Oh, na klar. Gleich alle. Gleich alle auf einmal. Ja. So. Klinke Flasse ist unser nächstes. Die Wasserwelten sind das. So, dann würde ich erstmal sagen, dass es für dieses Video war. Und wir sehen uns dann hier in dieser Wasserwelt. Und tschüss. Tschau. 恩. Bloop. Stoß.